Ja, wir sind in Essen angekommen, wir sind da, wir sind akkreditiert und jetzt heißt nichts wie rein in die Halle. Auf zur Equitana 2015! Hopp! Für mich jetzt schon einmal ein riesen Highlight hier im Ring Christian Allmann, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Springreiter aus Deutschland. Die Turniersaison steht bevor und daher passe ich jetzt ganz besonders gut auf.